Na toll. Ernsthaft? Ich hab gedacht, das... Okay, ja, das erklärt natürlich alles. Ich hab gedacht, der Fuchs hat das schon erledigt für mich. Ja gut, okay. Okay. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Sorry. Mann, ey. Und ich dachte, das ist kaputt, das Spiel. Oder ich bin wirklich... Also, jetzt hat sie rausgestellt... Ich bin dumm. Geh doch! Geh! Bleib dann der scheiß Kante stehen. Ist das dein Ernst? Da ist eine Kante, die ist so groß wie meine Schuhsohle. Jetzt muss ich leider für immer hier stehen bleiben. Das ist frustrierend. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß hier wieder im Kreis laufen. Aber diesmal wenigstens zum letzten Mal. Mal da, da kommt nicht mal eine Markierung. Nix, nix zeigt mir, dass ich hier was tun kann. Aber jetzt verschwindet wenigstens der Strahl. Und das bedeutet, ich weiß, wo ich noch hin muss und wo ich schon war. Wegen dem Strahl. Okay, das geht nicht. Wie war denn das, Mensch? Ah, genau. Ah, hier einmal hoch. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Und da. Und da. Los, Kletter, kleiner Prinz. Ich glaube, das ist ein Prinz. Oh, fuck. Oh. Naja, wenigstens hat er sich das gemerkt. Ach, komm schon. Ich will das doch nur abkürzen. Was ist los? So. Und jetzt endlich zum letzten Mal. Zum letzten Mal suche ich diesen letzten Strahl. Und. Und dann. Geht das weiter? So. Wie war das? Ähm. So. 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 Ich geh das dann jetzt weiter. Ich hab nicht... Ich will hier nicht nochmal im Kreis laufen. Ganz ehrlich. So. Da hinten ist die Statue. Oh, fuck. Lasst los, lasst los, lasst los, lasst los, lasst los. So. Okay. Jetzt gehen wir also das letzte Mal hier durch. Hoffe ich. Zu der Statue. An der... Die... Äh, ja. Die Statue. Wo jetzt... Aus der jetzt ein neuer Strahl kommt. Okay, wenigstens findet man das dann. Das ist ja grauenvoll. Ähm. Komm schon. Oh je. Ich glaube wirklich, dass das ein grauenvolles Ende nimmt. Da bin ich. Da ist wahrscheinlich der König. Und hier sind nur lauter Steine. Ich gehe erstmal außenrum einmal. Weil ich gerne wissen möchte. Hallo. 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 Okay. Okay. Okay, da geht's nicht hoch. Ähm. Okay, das war anscheinend der falsche Weg. Also da kann ich nicht lang. Außerdem bin ich von da gerade gekommen. Da ist viel zu dunkel. Versuchen wir es doch mal mit dem Weg. War das der, den ich gerade schon mal hoch bin? Okay. Ach Junge. Okay. Hoch. Die Frage ist, ja ich muss bestimmt darüber. Dann hier hoch. Dann da hin. Nein, das war schon. Hallo. Bis zum nächsten Mal.